Hallo und wir kommen zu dem neuen Kanal von YouTube. Also wir spielen heute Los Aliens. Also ich hab den gekauft. Ich gekauft. So runtergeladen, so ganz gratis. Ja. Es dreht sich noch hier unten. Also dieser weiße Punkt. Play. Also da ist so ein Zeichen, um zu spielen. Also wir machen jetzt mal das erste Level. Dass ihr alles versteht, wenn man es spielt. Also hier kommt immer so ein kleines Alien hierher. So hier. Dann müsst ihr so drücken. Also wir müssten da rüberziehen. Nein, drücken. Also drücken, dass er springt. Dann müsst ihr hier drücken. Dann müsst ihr da drücken. Und es war fertig. Also das erste Level. Tschüss. Vielen Dank.